Wie sieht das moderne Service Management in der Zukunft aus? Ich bin Alex und im Folgenden erkläre ich dir, was du mit Jira Service Management in der Cloud alles erreichen kannst. Wahrscheinlich wirst du die Datacenter-Variante kennen oder andere Tools, wo du Formularfelder hast, die sehr statisch sind und sich nicht verändern. Mit Jira Service Management in der Cloud kannst du dynamische Formulare erstellen. Das heißt, sobald du eine Option auswählst, erscheinen weitere Formularelemente, die notwendig sind, um den Service Request vollständig auszufüllen. Des Weiteren gibt es eine Template Engine, die es ermöglicht, standardisierte Aufgaben deutlich einfacher zu erstellen. Sollte ein Ticket erstellt worden sein, kannst du auch im Nachhinein in der Cloud weitere Informationen erfragen oder das Formular updaten lassen. Willst du weitere Informationen haben, kontaktiere uns oder besuch unsere Website. Mit Automatisierung